Du hast heimlich eine neue Technik gelernt. Ja, ich habe heimlich ein Kamehameha gelernt. Uh! Bin ich gespannt. Jetzt müssen wir genau hingucken. Bitte nicht. Okay, ich gucke ganz genau hin. Uh, was ist das für ein geiler Stein? Das ist ein sogenannt Obsidianstein. Das sieht ja cool aus. Mhm. Und dieser Obsidianstein, den kannst du nur mit Diamantspitzsack abbauen. Aha, wo hast du ihn gefunden? Das muss man herstellen. Das kannst du mit rein. Pass mal jetzt auf. Ich habe jetzt ein Feuerzeug gelernt. Ja. Boah, cool. Spring da mal rein. Warte, mach mal. Genau. Uh, Gelände wird gebaut. Ja. Und das ist jetzt das sogenannte Later. Boah, geil. Guck mal, das ist ein geiles Tisch. Alter Schwede. Und das, was wir hier sehen, pass auf, da sind so Pigs, die, ähm, Pigments da hinten. Ja. Wenn man die angreift, greifen die uns an. Okay. Und den Geist da oben. Und hier, das hier drüben, also hier gibt es ganz viel Lava und alles. Hier gibt es auch eine Netafestung. Okay. Das sieht aus so wie bei Diablo die Hölle. Und das hier, das ist ziemlich geil. Uh, was ist das denn? Das ist Glowstone. Uh, das sieht ja cool aus. Mit Glowstone kannst du Lampen herstellen. Und zwar die Glowstone-Lampen. Nicht runterfangen. Okay. Mit Glowstone kannst du Glowstone-Lampen herstellen, die wiederum, die wiederum einen Punkt, einen Schritt höher das Lichtlevel haben, als, als eine Fackel. Ah ja. Und die kannst du mit Elektrik ansprechen. Ah, also wir brauchen da, die, äh, die Redstone-Dinger da. Genau. Oh, was ist das denn? Das da ist Quarz. Und das ist das, was ich erzählt habe. Das ist der geilere Stein. Das ist dieser Quarzstein. Die Geräusche hier. Ja, ja, das sind die, das sind die Pigments da unten. Also die sind nicht aggressiv? Nur wenn du in der Nähe eine Truhe bei denen öffnest oder sie angreifst. Okay. Ja. Coole Sache. Ja. Und diese Meterziegel, die wir hier abbauen, die gehen relativ schnell abzubauen. Ja. Daraus kannst du auch, kannst du auch dann so Ziegel bauen, Ziegelsteine bauen und sowas. Ah ja. Wir holen mal ein bisschen was mit. Genau. Hier sind Blobs, da muss man aufpassen, die Feuerblobs, die teilen sich. Oh, was ist das für einer? Ist das der Blob? Das sind die Feuerblobs, genau. Okay, da ist der. So. Ja, schicke Gegend hier. Ich muss nicht aufpassen, aufpassen. So, hab's mir gemacht. Genau. Das ist das Nater. Ja, hier sind auch Endermans, da muss man aufpassen. Ja, ich hab schon Schwarzen gesehen. Genau. Was sich immer lohnt ist, dieses ganze Ziegelzeugs abzubauen, das ist ziemlich toll. So, nee, ich muss so rum reinlaufen, oder? Uh, wie kommt man ja auch wieder zurück? Einfach stehen beim Intro 3. Ach so, man soll mal stehen bleiben. Okay, warte. Stehen. Ja, mega cool. Genau. Ja, 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 definitiv, das hat mir gerade gefallen. Das war cool. Genau, und das kann man nämlich dann auch weitermachen. So, das Quarz, kannst du das mal in die Truhe tun, bitte? Ich hab eh sandvolle Taschen. So, ich tu mal das Glowstone Zeug da rein, den Niederquarz tu ich rein. Niederstein, ja. Genau, du näht, da steine nämlich auch mit. So, dann mach ich da was jetzt, gute Sachen. Guck mal, das ist ein sogenannter, oder, ich zeig dir das kurz. Das ist ein, das geht wieder nicht so. Schau mal, ich stelle dir mal, wo bist du? Direkt hin, das ist ein Quarzstein, weißt du das? Oh, der sieht deutlich schöner aus, als der Boden immer, ja. und das heißt, das heißt, wenn man hier diesen Boden jetzt ersetzt, jetzt haben wir ja, den könnten, und wenn wir den nämlich, ich weiß nicht, ob man Grazziegel machen kann, ich guck mal, nein. Nee, das Quarz ist das Quarz. So. Oh, was war das? Moment. Oh, das geht polierter, Quarz geht. Uh, noch besser. An Säulenquarz, vielleicht ist das nicht poliert. Okay, ist egal. Letzten Endes, ich mach das jetzt hier mal wieder zu, guck mal, so würde das aussehen. Und? Ja, voll das strahlende, weiße, mega, fast schon zu schade, für den Weg hier. Ja, finde ich nicht unbedingt, innerhalb unserer Kathedrale, kann sowas gebaut werden. So. Das hier, das hier, Und das ist die neue Lumpel, genau. Jetzt dann haben wir die Lumpel. Das sieht lustig aus, wenn du dich da hochbaust. Fünf Steine und dann war es das schon wieder. So, ich brauche hier... Was machst du da? Der Eingang. Weg wieder weg. Ja, die schönen Steine, die polierter Diodorit. Das war die richtig schönen Steine. Wir gehen da hoch. Oh, und da ist er auch weg. Wahrscheinlich Zwangstrennung. Oder vielleicht größere Probleme. Hier machen wir weg. Und... Oder keine Lust mehr. Wer da ist. Dann machen wir das Redstone. Ah, er ist noch da. Hallo? Na? Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie wird mein Teamspeak dauernd ab. Wahrscheinlich will er langsam Feierabend machen. Juhu! Ich mach das jetzt nicht fertig. Hm? Wahrscheinlich... Ich mach das jetzt nicht fertig. Hm? So. Und dann... Go. Ich mach das mal. Ich mach das mal... Hm. Ich mach das mal gucken. Ich mach das jetzt nicht. Und dann ist es los. Nee, geht nicht an. Ich muss noch einen Schalter anbringen. Ja, ich muss noch die Dings machen. Die Brocke setzen. Geht um mich mal gespannt. Okay. Ja, so könnte es gehen. Mal gucken, wie ich das verschalten muss hier. Ich hätte es ja schon so tun müssen. Ah, da leuchtet es. Super. Genau. Jetzt müssen wir dann nämlich ein bisschen anders das machen. Nicht ganz erkannt. Wir brauchen ungefähr drei Platz. Ah ja. Das siehst du da oben. Ah ja, ich sehe die Fackel. Genau. Und das wäre so eine Glowstone-Lampe. Hm, das sieht cool aus. Jetzt brauchst du Glowstone und Redstone. Glowstone. Und Glowstone-Lampen. Ich habe die mal in die Truhe reingetragen. Glowstone-Lampen. Ja. Die muss man exakt platzieren, weil die kriegst du nicht wieder zurück, wenn du sie kaputt machst. Oh, okay. Also einmal platzieren und dann... Und dann ist es vorbei. Okay, dann ist es vorbei. Alles klar. Sonst müssen wir wieder eine Neta und uns neue holen. Genau. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob man den Neta hat. Den Neta für Ziegel kann man auf jeden Fall machen. Das habe ich schon gewohnt. Okay. Das geht nicht. Und den Button. Ah ja, cool. Das kann man verbacken. Mit der Stein, glaube ich. Ah, mit der Ziegel, genau. Dann muss man ein paar Meta-Ziegel machen. Und den Stein ziehen. Und dann, glaube ich, diese Spezial-Sachen habe ich jetzt natürlich noch keine Kiste, was man hier natürlich noch machen kann. So. So, Monten. Okay. So. Okay. So, machen einmal. Okay. Hm, dann machen wir das noch. Die Reads. Okay. Und dann beim... Perfekt. Wird immer besser, ja. Das Kies weg. Dann haben wir das... Ich habe noch ein Quarzblatt, glaube ich. Ja, ich habe noch ein Quarzblatt. Ich muss jetzt wirklich gleich mal an, was du da betrieben hast. Schon wieder? Ich habe das Schiff schöner gemacht. Das Schiff schöner gemacht. Ja, gut. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir Feierabend machen. Ja, Feierabend für heute. Ich denke, wir haben einiges gemacht heute. Jawohl. Dann würde ich mal sagen, gute Nacht an alle. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Und ganz richtig schön. Ich habe das Brau. Und hier lockt ich jetzt aus. Supi. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.